Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich wieder einen Text von An- und Ehret mit euch teilen. Der Text heißt Der Zauberspiegel. Und dieser Text ist aus der schleimfreien Heilkost entnommen. Diesen Text findet ihr auch hier im Buch Gesunde Menschen, Band 2. Und hier heißt dieses Buch Das Heilsystem der schleimfreien Diät. Also wer das Buch Gesunde Menschen, Band 2 hat, der findet den Zauberspiegel auch hier in diesem Buch. Die schleimfreie Heilkost gibt es auch als kostenlose PDF. Ich werde euch den Link dazu unter diesem Video verlinken. Und ich verlinke euch auch Gesunde Menschen, Band 2, falls ihr lieber richtige Bücher möchtet. Ihr erfahrt jetzt also im Zauberspiegel, in diesem Text, was der Zauberspiegel über euren Körper, über Krankheit, euch ganz individuell sagen kann. Bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu An- und Ehret. Er ist 1866 geboren und leider 1922 an einem Unfall gestorben. An- und Ehret gehörte zu den revolutionärsten Denkern und Gesundheitspraktikern. Einige seiner Gedanken sind so genial formuliert, dass sie wahrscheinlich noch in ein paar hundert Jahren modern sein werden. Sie sind einfach zeitlos, denn sie zeigen den Menschen den Weg aus der Sackgasse der Krankheiten. Ehret war in einer zur damaligen Zeit unheilbar tödlich verlaufenden Krankheit erkrankt. Und er kurierte sich davon durch Fasten und Ernährungsumstellung. Heutzutage würde man für so einen Patienten wahrscheinlich die Dialyse empfehlen oder auch eine Nierentransplantation. Nach seiner vollständigen Heilung betreute er viele Menschen bei ihrer Gesundwerdung, schrieb viele Artikel und hielt auch viele Vorträge in Deutschland wie auch in den USA. Der Zauberspiegel Diese Lektion heißt im Buch Gesunde Menschen waren 2 Der magische Spiegel und ihr findet diese Lektion auf Seite 135. Seit der Mensch durch die Zivilisation degeneriert ist, weiß er nicht länger, was zu tun ist, wenn er krank wird. Die Krankheit ist das gleiche Mysterium für die moderne medizinische Wissenschaft geblieben, wie sie für den Medizinmann von vor tausenden von Jahren war. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Keime, die Dämonen ersetzt haben, durch die Vorstellung von einer rätselhaften äußeren Macht, die unser Leben bedroht und zerstört, bleibt bestehen. Die Krankheit ist ein Rätsel für sie genauso wie für jeden Arzt, der noch nicht in den magischen Spiegel geschaut hat, den ich jetzt erklären werde. Der Naturheilkunde kommt das ganze Verdienst zu, gezeigt zu haben, dass die Krankheit in ihnen steckt, als Fremdmaterial mit messbarem Gewicht und dass sie eliminiert werden muss. Wenn sie ihr eigener Arzt werden möchten oder wenn sie ein Heiler ohne Medikamente sind und mehr Erfolg haben möchten, dann müssen sie die Wahrheit kennenlernen und wissen, was Krankheit ist. Sie können sich und andere nicht heilen, ohne eine exakte Diagnose zu haben, die ihnen eine klare Vorstellung von den wahren Zuständen geben wird. Diese unfehlbare Wahrheit kann man nur aus dem Buch der Natur erfahren, das heißt durch einen Test am eigenen Körper oder durch den magischen Spiegel, wie ich ihn getauft habe. Wer an irgendeiner Art von Krankheit leidet oder jede Person, die durch diesen Heilprozess von Fasten und schleimfreier Diät geht, wird Schleim ausscheiden. Was zeigt, dass die Grundursache aller latenten Krankheiten des Menschen in der Verstopfung des Gewebesystems mit nicht ausgeschiedenen, ungenutzten und unverdauten Nahrungssubstanzen liegt. Durch den magischen Spiegel kann eine wahre und unfehlbare Diagnose ihrer Krankheit aufgestellt werden wie noch nie zuvor. Der magische Spiegel ist erstens Beweis, dass ihr persönliches, individuelles Symptom, die Entzündung oder die Beschwerden, je nachdem wie ihre Krankheit genannt wird, nichts anderes ist als eine außergewöhnliche lokale Anreicherung von Abfall. Zweitens, die belegte Zunge ist Beweis für eine Verschleimung des gesamten Körpersystems, welche den Kreislauf der Schleim behindert und verstopft. Dieser Schleim erscheint sogar im Urin. Drittens, die Anwesenheit von nicht ausgeschiedenen Kotresten, die durch den klebrigen Schleim in den Hautfalten des Darms festgehalten werden, verursachen eine ständige Vergiftung und behindern eine ordnungsgemäße Verdauung und Blutbildung. Um in ihren Körper zu schauen, besser und klarer als das die Ärzte können mit ihren teuren Röntgenapparaten und um die Ursache ihrer Krankheit oder sogar bisher unbekannte physische Probleme oder geistige Zustände kennenzulernen, versuchen sie dieses. Fasten sie ein oder zwei Tage lang oder essen sie nur Früchte, wie Orangen, Äpfel oder irgendeine saftige Frucht der Saison. Zwei oder drei Tage lang. Und sie werden feststellen, dass ihre Zunge einen dicken Belag bekommen wird. Wenn das einem akut Kranken passiert, dann lautet die Schlussfolgerung des Arztes immer Verdauungsstörung. Die Zunge ist der Spiegel nicht nur des Magens, sondern auch des gesamten Membransystems. Die Tatsache, dass dieser dicke Belag wiederkehrt, selbst nachdem man ihn ein oder zweimal am Tag mit einem Zungenkratzer entfernt, ist ein sicherer Hinweis auf die Menge des Schmutzes, des Schleims und anderer Gifte, die sich im Gewebe des gesamten Körpers angesammelt haben und welche nun von der Innenseite des Magens, des Darms und von jedem Hohlraum des Körpers ausgeschieden wird. Nachdem sie gefastet haben, ist es ratsam, die gewohnheitsmäßige Menge der Nahrung zu verringern. Anschließend sollten sie nur natürliche, reinigende, schleimfreie Nahrungsmittel, Früchte und stärkerfreie Gemüse essen, um so dem Körper Gelegenheit zu geben, den Schleim zu lockern und auszuscheiden, was tatsächlich den eigentlichen Heilungsprozess darstellt. Der Spiegel auf der Oberfläche der Zunge gibt dem Beobachter die Menge der Verschleimung zu erkennen, die den Körper seit Kindheit verstopft hat, durch falsche, schleimbildende Nahrung. Wenn man den Urin nach diesem Test beobachtet, nachdem man ihn einige Stunden lang stehen gelassen hat, wird man auch darin die Schleimmengen feststellen können. Die tatsächliche Menge von Abfall und Schleim, welche die mysteriöse Ursache ihres Leidens ist, ist fast unglaublich. Krankheit Jede Krankheit ist erstens eine spezielle lokale Verstopfung des Kreislaufs, des Gewebes, des Röhrensystems. Sie ist die Äußerung der Symptome oder der verschiedenen Symptome. Ist es schmerzhaft oder entzündet, dann stammt dies vom Überdruck, von Hitze oder Entzündung, verursacht durch Reibung und Verstopfung. Zweitens ist Krankheit, jede Krankheit, eine grundlegende Verstopfung. Das gesamte menschliche Röhrensystem, insbesondere die mikroskopisch kleinen Kapillaren, sind chronisch verstopft, durch die falsche Zivilisationskost. Die weißen Blutkörperchen sind Abfall und es gibt keinen Menschen in der westlichen Zivilisation, der schleimfreies Blut hätte und schleimfreie Blutgefäße. Es ist wie mit dem Ruß in einem Ofenrohr, das nie gereinigt wird. Ja, eigentlich schlimmer noch, denn der Abfall von Eiweißen und stärkehaltiger Nahrung ist klebrig. Der Aufbau des Gewebes, insbesondere der wichtigen inneren Organe, wie der Lunge, der Nieren, aller Drüsen und so weiter, ist sehr ähnlich wie der Aufbau eines Schwammes. Nun stelle man sich mal einen in Leim getränkten Schwamm vor. Die Naturherkunde muss ihre Wissenschaft mehr und mehr von medizinischen Aberglauben befreien, fälschlicherweise wissenschaftliche Diagnose genannt. Die Natur allein ist der Lehrer der Standardwissenschaft der Wahrheit. Sie heilt durch eine Sache, das Fasten, jede heilbare Krankheit. Dies allein ist der Beweis, dass die Natur nur eine Krankheit kennt und dass in jedem Körper der größte Faktor immer der Abfall ist, das Fremdmaterial, der Schleim. Neben Harnsäure und anderen Giftstoffen und sehr häufig auch Eiter, falls die Gewebe zersetzt sind. Um zu erkennen, wie schrecklich verschleimt der menschliche Körper ist, muss man wie ich tausende von Fastenden gesehen haben. Die fast unvorstellbare Tatsache ist, wie können solche Mengen von Abfall überhaupt im menschlichen Körper gespeichert werden? Haben Sie sich mal überlegt, welche Mengen an Schleim Sie während einer Erkältung ausstoßen? Und so wie es im Kopf aussieht, so sieht es auch aus in der Luftröhre, in der Lunge, im Magen, in der Niere, in der Blase und so weiter. Überall besteht das gleiche Problem. Und das weiche Organ der Zunge widerspiegelt auf seiner Oberfläche getreu das Erscheinungsbild jedes anderen Körperteils. Die Medizin hat eine spezielle Wissenschaft aus den Labortests, Urintests und Bluttests gemacht. Vor über 50 Jahren sagten die prominentesten Pioniere der Naturheilkunde, jede Krankheit ist Fremdmaterial, Abfall. Ich habe schon vor 20 Jahren gesagt und wiederhole es wieder und wieder, dass dieses Fremdmaterial ein Brei ist, der von falscher Nahrung erzeugt wird, die sich zersetzt und sichtbar wird, wenn sie den Körper als Schleim verlässt. Fleisch zersetzt sich zu Eiter. Das Licht der Wahrheit erleuchtete mich, nachdem ich gefastet hatte, gegen den Willen des Naturheilkundlers, der mich gegen meine Nierenentzündung behandelte. Als ich das Reagenzröhrchen mit Eiweiß füllte, las ich seine Gedanken in seinem Gesichtsausdruck. Aber für mich zeigte sich, dass die Natur ihren Abfall ausstößt, eliminiert, egal ob es Eiweiß, Zucker, Mineralsalz oder Hansäure ist. Das ist nun schon vor 24 Jahren passiert. Aber dieser Naturarzt, ein ehemaliger Schulmediziner, glaubt immer noch daran, dass man dieses Eiweiß durch eiweißhaltige Nahrung ersetzen muss. Die medizinische Diagnose der Nierenentzündung, wenn der chemische Test des Urins einen hohen Anteil von Eiweiß aufweist, ist auch für andere unverständlich. Die Ausscheidung von Eiweiß beweist, dass der Körper es nicht braucht, dass er überfüttert damit ist, überladen mit zu viel Eiweißmaterial. Anstatt nun diese gifterzeugende Nahrung zu verringern, wird sie fälschlicherweise erhöht, in der Anstrengung das verlorengegangene Eiweiß zu ersetzen, bis der Patient stirbt. Wie tragisch ist es, den Abfall zu ersetzen, während die Natur uns zu retten versucht, indem sie ihn entfernt. Der nächste wichtige Labortest stellt den Zucker im Urin fest, Diabetes. Das medizinische Wörterbuch nennt ihn immer noch mysteriös. Anstatt natürliche Süßstoffe zu verzehren, die in das Blut übergehen, wird der diabetische Patient mit Eiern gefüttert, mit Fleisch, Schicken und so weiter, und hungert sich eigentlich zu Tode durch den Mangel an natürlichen, zuckerhaltigen und zuckererzeugenden Nahrungsmitteln, die ihm vorenthalten werden. Es ist schon vor langer Zeit gezeigt worden, dass all diese Bluttests, insbesondere dieser Wassermann-Test, irreführend sind. Wir als Naturherkundler können die Lehren der Natur in keinster Weise ignorieren, selbst wenn wir es schwierig finden mögen, alte Fehler aufzugeben, die man seit Kindheit in uns eingehämmert hat. Einer dieser irreführenden Fehler besteht darin, jede Krankheitserscheinung individuell zu bezeichnen. Der Name einer Krankheit ist nicht wichtig und wertlos, wenn man eine natürliche Kur beginnt, besonders durch Fasten und Diät. Wenn jede Krankheit durch Fremdmaterial verursacht wird, und das wird sie gewiss, dann ist es nur wichtig und notwendig zu wissen, wie stark die Verschleimung des Patienten wirklich ist, wie sehr sein Körper mit Fremdmaterial verstopft ist und wie sehr seine Lebenskraft gesenkt worden ist, und im Falle von Tuberkulose und Krebs, ob das Gewebe selbst ersetzt worden ist, durch Eiter und Keime. Ich habe hunderte von Patienten gehabt, die mir gesagt haben, dass jeder Arzt eine andere Diagnose gegeben hatte und dementsprechend einen anderen Namen für ihr Leiden verwendet hatte. Ich überraschte sie, indem ich ihnen sagte, ich weiß genau, was sie haben, durch die Gesichtsdiagnose, und sie werden es selbst in ein paar Tagen im magischen Spiegel sehen. Die experimentelle Diagnose Wie ich es bereits am Anfang der Lektion gesagt habe, müssen sie zwei oder drei Tage lang fasten. Ist man ein dicker Typ, so muss man Flüssigkeiten während des Fastens zu sich nehmen. Die Oberfläche der Zunge wird das Aussehen im Inneren des Körpers deutlich anzeigen, und der Atem des Patienten wird die Menge und den Grad der Zersetzung deutlich machen. Es ist sogar möglich zu sagen, welche Nahrung er bisher bevorzugt hat. Sollte man am Anfang des Fastens an irgendeiner Stelle Schmerzen empfinden, so kann man sicher sein, dass dies ein Schwachpunkt ist. Das Symptom ist noch nicht ausreichend entwickelt, um für die Ärzte mit ihren Untersuchungen feststellbar zu sein. Abfall wird im Urin deutlich werden durch Schleimwolken, und den Schleim wird man auch durch die Nase, die Kehle und die Lungen ausscheiden, sowie auch durch den Stuhlgang. Umso schwächer und schlechter sich der Patient während des Fastens fühlt, umso größer ist seine Verschleimung, und umso schwächer ist seine Lebenskraft. Diese experimentelle Diagnose sagt Ihnen genau, worin das Problem liegt und wie es korrigiert werden kann, durch den Beginn einer gemäßigten Übergangsdiät oder einer radikaleren, und ob man das Fasten weiterführen soll oder nicht. Das Experiment ist die Basis, die Basis der Entwicklung der Wissenschaft, der Naturheilung, der Physik, der Chemie und so weiter. Die Natur wird befragt und sie gibt stets und überall die gleiche, unfehlbare Antwort. Falls der Patient nervös wird oder Symptome von Herzbeschwerden auftauchen, so kann man sicher sein, dass er Medikamente im Körper gespeichert hat. Ein schwindsüchtiger Patient beginnt bereits nach einem kurzen Fasten mit einer solch schrecklichen Ausscheidung, dass es für alle absolut klar sein muss, wie ignorant und unmöglich es ist, zu versuchen, ihn mit guter, kräftiger Nahrung wie Eiern und Milch heilen zu wollen. Diese hier gegebene Erklärung ist also die experimentelle Diagnose und sie ist die einzig wissenschaftliche. Sie können keinen besseren Einblick ins Innere bekommen als mit dieser einfachen Methode. Keine teuren Instrumente können auf exaktere Weise die genauen Bedingungen zeigen, die im Körperinneren vorherrschen. Alle anderen Untersuchungen, einschließlich Iris-Diagnose, Wirbelsäulendiagnose und so weiter, sind nie exakt und daher nicht verlässlich. Die Spiegel der Natur, ihre Enthüllungen, ihre Vorführungen der Phänomene sind nur so lange magisch, solange man sie nicht korrekt interpretieren kann. Die Natur zeigt und enthüllt uns deutlich alles viel exakter, perfekter und besser als die gesamte Diagnosewissenschaft zusammengenommen. Die Krankheitsprognose Nun kommen wir zur Krankheitsprognose. Wir hören von latenten Krankheiten. Jeder, egal wie sehr er sich vermeintlich guter Gesundheit erfreut, ist latent krank. Die Natur wartet nur darauf, den seit der Kindheit angesammelten Abfall loszuwerden. Jeder weiß, dass ein schwerer Schock des gesamten Körpers wie eine Erkältung oder eine Grippe den Ausscheidungsprozess startet. Aber nicht jeder versteht, warum das so ist. Leider wird die Natur nun in ihrem Versuch des Hausputzes behindert und zwar durch den Rat des Arztes, weiter zu essen, Medikamente einzunehmen und so weiter. Die Folge ist die Behinderung der Ausscheidung, was akute und chronische Krankheiten verursacht. Jeder, selbst wenn er sich nicht krank glaubt, insbesondere in dieser kritischen Phase zwischen 30 und 40 Jahren, sollte ein paar Tage lang fasten und durch den magischen Spiegel das Ausmaß einer latenten Krankheit kennenlernen, sehen, wo sein Schwachpunkt ist, wie der Name seiner latenten Krankheit ist und wo er erscheinen wird. Das ist die Krankheitsdiagnose. Und wenn die Lebensversicherungsgesellschaften in diese vertrauen würden, so hätten sie eine wahre und sichere Methode der Risikoeinschätzung. So lange zu fasten, bis die Zunge sauber wird, ist sehr gefährlich. Wer kann erklären, warum die Zunge wieder sauber wird, nachdem man das Fasten mit einer ordentlichen Mahlzeit bricht, oder warum der magische Spiegel mehr Abfall aufweist, solange man nach dem Fasten von Früchten oder schleimfreier Nahrung lebt. Das ist das bislang unerklärte Rätsel des magischen Spiegels. Die einfache Erklärung ist, dass die Ausscheidung eine Zeit lang gestoppt wird durch den Verzehr von falscher Nahrung. Und das Ergebnis ist, dass man sich eine Zeit lang mit falscher Nahrung besser fühlt als mit Früchten. Während dieser Zeit zeigt der magische Spiegel scheinbar an, dass der Körper sauber ist. Kehrt man aber zur natürlichen Nahrung zurück, so wird man schnell eines Besseren belehrt. Für eine durchschnittliche Person erfordert es eine Zeit von ein bis drei Jahren systematisch durchgeführter Fastenkuren, bis der Körper tatsächlich frei von allen Fremdstoffen ist. Während dieser Zeit kann man beobachten, wie der Körper ständig Abfall durch die gesamte Körperoberfläche eliminiert, durch jede Pore der Haut, durch den Handkanal, den Darm, durch die Augen und Ohren, durch Nase und Kehle. Man kann sehen, wie nasser und trockener Schleim, Kopfschuppen zum Beispiel, ausgeschieden wird. Alle Krankheiten sind daher Unmengen von Abfall, chronisch gespeichert. Und durch diese künstliche Ausscheidung der chronischen Krankheit werden Sie mir zustimmen und erkennen, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, die Diagnose ihrer Krankheit und aller Krankheiten der Menschheit, geistiger und körperlicher, seit dem Beginn der Zivilisation beweist, dass sie alle eine Grundursache haben, egal welches die Symptome sein mögen. Es handelt sich ohne Ausnahme um ein und denselben allgemeinen und universellen Zustand, um die Einheit aller Krankheiten, das heißt um Abfall, Fremdstoffe, Schleim und seine Gifte. Die ewige Verschmutzung ist noch viel zu geschmeichelt gesagt, um diese chronische Verschleimung zu beschreiben. Unrat, Schmutz, Schleim, Gestank oder unsichtbarer Abfall ist eine wahre Beschreibung. Ich möchte noch kurz zu diesem Text anmerken, der Text ist über 100 Jahre alt und mittlerweile ist viel, viel Zeit vergangen und man kann diese Art der schleimfreien Diät, wie es hier Arnold Ehret beschreibt, auch nicht eins zu eins auf uns Menschen heute übertragen. Ich habe ja schon einige Videos zur schleimfreien Heilkost gemacht, viele auch mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lobb zusammen und wir betonen immer, wie wichtig es ist, langsam in die schleimfreie Heilkost einzusteigen, am besten erst mal sich eine ganze Weile schleimarm zu ernähren, also auch Lebensmittel zu integrieren, die etwas schleimbildend sind und vor allem nicht zu viele Früchte zu essen und ein bisschen Vorsicht weiten lassen bei zu vielen Früchten, weil heutzutage auch viele Früchte überzüchtet sind beziehungsweise unreif geerntet werden. Wir weisen auch immer wieder darauf hin, wie wichtig bei dieser langjährigen Ernährungsumstellung beziehungsweise Entgiftungsphase grüne Lebensmittel sind, denn das in den grünen Lebensmitteln enthaltene Chlorophyll unterstützt die Entgiftung auf fantastische Weise. Er beschreibt auch am Ende der Lektion, dass eine durchschnittliche Person ca. ein bis drei Jahre mit systematisch durchgeführten Fastenkuchen benötigt, bis der Körper frei von Fremdstoffen ist. Das kann man natürlich auch nicht eins zu eins auf heute übertragen. Wir leben ja in einer ganz anderen Umwelt. Wir haben ganz andere Nahrung, die auch mit Pestiziden gespritzt wird. Auch die Luft ist verunreinigt, der Boden, das Wasser. Also wir haben heute ganz andere Bedingungen und müssen auch einen anderen Augenmerk auf Entgiftung setzen und unsere Entgiftungsorgane unterstützen. Wir haben ja auch mit Schwermetallen zu tun, mit verschiedenen künstlichen, chemischen Stoffen, die es so vor 100 Jahren noch nicht gab. Und deswegen sagen wir immer, das dauert 10 bis 15 Jahre unter Umständen. Es kommt auch immer darauf an, wie alt eine Person ist. Also man muss sich da durchaus auf mehr Jahre der allmählichen Entgiftung einstellen. Das war der Zauberspiegel von Arnold Ehret. Dieser Text ist über 100 Jahre alt. Was haltet ihr von diesem Text? Was haltet ihr von den Gedanken und Erfahrungen von Arnold Ehret? Ich freue mich über Regen. Austausch. Wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald, ihr Lieben. Wünsche euch noch eine wundervolle Zeit.